ARD Text im Auftrag von SWIZZELAND GAMERS Hallo miteinander, hier ist der TopTuning von SWIZZELAND GAMERS. Wie geht's euch? Wir haben heute hier einen Kollegen mit mir. Hallo zusammen. Wer bist du? Wer ich bin? Jetzt muss ich mir schon wieder vorstellen. Ich musste doch letztes Mal schon. Nein, aber dieses Video haben wir hier nicht drauf gepostet. Ah ja gut, ja dann... Den haben wir uns vergrillt. Also ähm... Ja... Ich nehme jetzt einfach mal meinen Namen von der Xbox an. Das ist wahrscheinlich das Beste. Also ich bin Commander360. Ich bin ein guter Kollege vom TopTuning. Und ja, ich freue mich dabei zu sein. Gut. Ja man, das läuft, alter. Jetzt einfach fix drücken. Es ist alles auf Spanisch eingestellt. Das ist typisch von mir, oder? Ich muss immer ein Video aufnehmen mit spanischen Sachen. Das ist auch... Ich habe ein Problem, Bro. Du weisst, ich bin der geilste Zieh auf der Welt. Ich verstehe das schon, Mann. Es kommt schon mit der Zieh. Ja, ja... YouTube hilft. Gut, wie hat das vielleicht gehört? Das ist ja auf Englisch. Vielleicht könnt ihr auch mit dem Englisch anpassen. Ich will da nicht alles übersetzen. Ja, die meisten Leute verstehen den Englisch. Ja, das ist jetzt die Story. Wir haben Tausende von Kollegen, weisst. Cool. Ja. Sehr gut. Ja, das ist ja ganz anders als im Achterladen. Ja. 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 Oho. Oho. So. So ein Wunder bekommen wie ein Teil einer Süßigkeiten. Weisst du? Ja Mann ich auch ein bisschen. Und ich weisst, vielleicht kommen wir ja wenn wir gewinnen. Irgendwie müssen wir nicht irgendwie... Pass auf was passiert. Wuschel Wuschel. Wuschel. Boom! And the lightning. Boom! Pass auf, sie sterben jetzt. Boom! Schuss, schuss! Das ist echt unnötig. Es schweigt immer weniger die Kollegen. Oder meine ich das noch? Irgendwie schon. Schuss, schuss, schuss! Ja. Ja. Ich werde weg von der Radbühel. Das ist die schnellste weg, Freunde. Ich glaube, du kannst es schweigen. Und die schweigen in der Tat. Ja, ich werde weg von der Radbühel. Das war's für mich. Der ist schnellstreich, Freunde. Reginald. Das ist wohl so richtig, wie es hier ist. Ja, so. Ja, wirklich? Was hast du oft gemacht? Ich habe die Arme gesagt, hey, be nice. Wusher, wusher. Ha, ha, ha! Oh mein Gott! Der Berger! Du leckst doch mir! Ich bin die Packer! Ich bin auch geil, ich habe glaube ich einen Ausschlag bekommen. Schau jetzt! Wääääääää! Da sind wir ja! Sooo! Wow, ich kann mehr haben! Was kann ich? Du mal mit Kreis und so! Was kann das? Alter, was hast du gemacht? Keine Ahnung dazu! Voll eine Farbe noch! So gut man! So gut man! Und die ist nochmal keine Ahnung! Hey HLink! So gutta! Alter! Ich hab den Kopf weg, Mann! Also ich sehe bis jetzt den Sinn dahinter noch nicht so ganz, aber das kommt noch! Das kommt noch! Schu-schu-schu-schu! Wusch-wusch-wusch! Ey, ey, du hast mich jetzt gerade runtergeschuft! Geht's nur? Au! Alter! Fick mich, Mann! Aber schau, jetzt mach ich da hinten voll eins auf Ninja! Oh, fuck! Oder auch nicht! Doch, 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 ich bin Ninja! Ich schaff das noch, Mann! Ich schaff das, ich schaff das, Alter! Ich schaff das! Oh, genau! Du bist ein Tamiler! Du bist kein Ninja, du bist ein Tamiler! Ich bin kein Tamiler! Bonde gende! Pass auf! Da ist jemand am Brüllen! Oh, Mann! So ein armer sich! Das ist sicher so ein Fanboy, der zu sagen ist, weißt du? Ah, der nicht mit uns reden kann, weil wir einfach Kinder sind und der ist niemand! Nicht gegen euch, Jungs! Und Mädels, wie auch immer! Sorry, Kreiself! Ja, Mann! Kreiself tut mir echt leid! Wir sind so erzogen worden! Oh, da sind wir in Gefängnis gekommen, oder? Oder was? Sind wir in Gefängnis, oder was? Oh, kannst du da hochkommen? Hä? Ich kann sicher da hochkommen, Mann! Oh, ich muss jetzt aber da... Nein, ich chill jetzt! Hui! Hui! Was ist das, Mann? Oh, ich weiss ich gar nicht... Hallo! Hallo! Bande! Ah, warte ich kann auf dich draufkumpen! Ich weiss, vielleicht können wir da durchgehen! Oh mein Gott! Ah, wir sind da, können wir durchgehen, Mann! Oh, ein Hut! Ich sehe einen Hut! Ich auch, ich auch! Voll easy, dann bist es nicht nur ich! Oh, das ist der erste Leber von Super Mario Bros! Oh, jetzt geht's ab, Mann! Oh, jetzt geht's ab, Mann! Du musst auch Y-Druck, oder 3-Eck, oder was das einmal ist! 3-Eck! Sehr gut, wie ich mich den Xbox-Controller gewohnt! Wuschel, wuschel, wuschel! Wuschel, 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 wuschel! Oh, was hast du jetzt genommen? Einen Diamanten-Schwarten! Du bist Profi, ey! Schon klar! Oh, ich muss jetzt hier oben! Komm, Jambu! Ja, Mann! So läuft das, meine! Oh, ich habe meinen Arsch verbrennt! Hast du gesehen? Wie komme ich dort oben? Ah! Du musst doppelkumpen! Ja, ich habe es gemerkt! Und ich muss mir den Arsch verbrennen! Ich dachte, es geht ohne das! Oh, ich muss dich herumrühren! Komm da hin! Rühr mich mal da oben! Voll easy! Komm! Nein, rühr mich auf die andere Seite! So! Ah, easy! Komm! Noch mal, noch mal! Es hat sicher etwas dort oben! Aber nicht an die Wand! Ja! Also, komm da hin! Ja, so fängt das mal an! Ja, aber sag wann! Ja, komm jetzt! Jetzt? Jetzt! Ja, aber das sieht! Du bist auf den Jobbombe! Haha! Sorry, Jan! Schau da oben jetzt etwas! Hast du gesehen? Was ist das? Das ist ein Wolkenauel! Ja, du mich einmal! Vielleicht bringst es du besser, Janer! Vielleicht bist du nicht ganz so inkompetent! Aha! Ja, easy! Sag mal wann! Sag mal! Du mal! Du mal kumpen! Oh, wir haben es gepackt, Mann! Ich sage doch, wir sind Kings! Einfach nur Kings! Oh, oh! Ich kann nicht schwimmen! Das ist nicht gut! Wir sind Profi, Mann! Wir sind einfach Profis! Ja, Mann! Ich bin auf der Schweiz! Ich habe es gemerkt! Sorry, es ist... Kein Problem, Mann! Ich musste vorher schnell... Ich habe gemeint, du warst gerade bei deiner Ex... Und es ist so... Nein! Nein! Ah ja, easy! Wieso lügst du mich an? Du musst auf mich kumpen, du Joban! Ah, nehm mich nicht immer Joban, du Joban, Mann! So, hast du gesehen? Was kassierst du meine Teilerei? Da, da, jetzt! Oh! Oh! Hast du gesehen? Jetzt musst du mein Gläub nehmen, warte! Du musst auch R2 drücken oder RT oder was das immer ist! Lang drücken! Ja, aber was machst du? Haha, sorry! Du musst auch mal drücken! Mach runter! Weeeey! Oh, hast du das gesehen? Hier unten hat es etwas! Geh du den unten holen! Oh! Hier oben hat es auch etwas! Hier oben hat es auch etwas! Ich hole das! Kommst du überall drücken? Logisch komme ich dort hoch! Oh! Oh, dann gerne! Fuck! 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 Du musst jetzt auch hochkommen! Da müssen zwei spielen oder was? Nein! Ich gehe auf die andere Seite, Mann! Nein! Es ist auch etwas Goldiges! Doch, doch! Aha! Ah! Yeah! Yeah! Wow! Profis, eh! Ja, vor allem mich! So voll am Abgehen da hinten! Hey, wie hast du das gemacht? Ah! Fick dich! Jetzt hat ich mir das so Mühe gegeben, um ihn zu holen! Aber nein! Oh! Oh! Aber ich habe ihn, Mann! Das hat sich doch gelohnt! Das ist eh nicht kooperativ! Weisst du, dass jemand hier stehen muss! Nee! Das kannst du nicht bringen, Mann! Oh! Hey, was ist das? Ein Bullen, der... Verprügeln müssen! Warte! Warte! Ich jage mich in die Luft! Oh, scheisse! Oh, du hast ihn schon geheilt! Wuuu! Jetzt warte ich! Ja, ja! Oh, ich habe es länger durchgezogen als du! Oh! Wieso heult er sich immer, Kollege? Keine Ahnung! Wahrscheinlich ist er... ...komisch im Kopf! Hä? Ja, aber wahrscheinlich schon... Also... Oh, hey, hey! Was machst du? Warte! Ich will das Teil! Oh, es liegt! Ich bin versoffen! Ich bin versoffen! Aber es ist mir scheissegal! Scheissegal! Uh! Pass auf! Ja, ich... Alter! Lass mich doch explodieren, Kollege! Ja, Mann! Ich habe sie beide gefeckt! Ah, sorry! Woah! Hast du es geschafft? Voll, Mann! Was hat es da? Nichts! Doch, da hinten hat es etwas! Ah, dann können wir zusammen! Woah, du bist ja Profi! Schon klar! Ich bin ein... Super Saiyajin Ninja... Ey, wo es läuft? ...Master Chief... Und du bist, glaube ich, ein Gumpi-Ball oder so... Ja, du musst auch weiter vorne kommen! Danke, Mann! So, jetzt geht der Ninja wieder ab! Oh, oh! Und Checkpoint! Kelp! Kelp, my friend! Du musst mir schon helfen! Hilf dir doch nicht, Kollege! Hey! Du hast jetzt einen Fehler gemacht! Kann ich nicht! Doch! Oh, doch, kann ich! Scheisse! Aber ich kann ihn! Ich kann ihn! Voll easy! Jetzt muss ich nur noch zurück schaffen! Scheisse gar! Wir haben es, glaube ich, eh geschafft! Ja... Ja... Ich habe es geschafft! Nein, wir haben es geschafft! Woah! Profi! Schau, jetzt haben wir drei Levels geschafft! Krass! Sind wir jetzt fertig mit dem Spiel? Voll, gehen wir ins nächste Mal! Gehen wir das? Da, ich hätte... Nein, das haben wir ja schon! Es hat... Aha! Es hat schon ein Höckli! Ja, weil... Ah, das haben wir gleich alle gemacht! Weisst du was? Lassen wir das für den nächsten Kapitel von dem Let's Play! Weil das sieht noch recht spannend aus! Ja, fuhr! Es ist ein verdammt lustiges Spiel! Das ist schu-schu-schu-schu-schu-schu! Weisst du? Lassen wir das für den nächsten Mal! Usch, 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 usch! Das ist zu gut, ey! Ja, Mann! Nein! Oh! Ich wollte nicht... Ja, es ist... Stell ab, stell ab, stell ab! Es geht weiter! Easy, easy, easy! Peace!